Hi, wir sind Cher und wir sind gerade in der Republik Kongo angekommen. Wir besuchen hier ein Mahlzeitenprojekt, das wir nur dank eurer Hilfe ermöglichen können. Ja, es gibt viele Veränderungen. Veränderungen können nicht passieren. In unserer Zeit, es war nicht so. In unserer Schule, wir haben nicht in der Schule zu essen. Aber jetzt haben wir die Kinder zu essen. Es gibt viele Veränderungen. Ich arbeite meistens in unserem Office in Berlin mit unseren neuen Produkten. Es ist immer schwer, den Plus-One zu erinnern. Ich hatte es hier im Kongo mit den Schülerinnen und Kindern, wo wir helfen. Es ist wirklich toll, den wir hier machen. Tag 2 unserer Reise in die Republik Kongo. Wir sind in Montbilu. Wir werden gleich eine Bohnen-Farm besuchen und danach noch eine Schule. Sehr imponierend, wie die Farmer hier sich jetzt wieder selbst versorgen. Und es ist schön zu sehen, dass wir die auch mit unterstützen. Dass es eben nicht nur die reine Mahlzeit ist. Was ist wichtig, dass es für die Freunde zum ersten Mal, die Untertitelung des ZDF, 2020